Die Baugeschichte der Berliner Reichskanzlei stand wie bei keinem anderen Gebäude in direkter Verbindung mit der deutschen Geschichte. 1739, als barockes Adelspalais errichtet, wurde der Bau 1878 zum Amtssitz von Bismarck umgebaut und diente von da an als Wohnung und Amtssitz des deutschen Reichskanzlers. Der in der Dokumentationsreihe Albert Speers Berlin erscheinende Film »Die Reichskanzlei« beleuchtet die Baugeschichte der Reichskanzlei in den Jahren 1933 bis 1940. In dieser Zeit ließ Adolf Hitler seinen Berliner Amtssitz großräumig umbauen und durch mehrere Neubauten erweitern. In der Dokumentation wird beschrieben, wie die ersten Erweiterungen durch Hitlers Münchner Architekten Paul Ludwig Trost und später durch Prof. Leonard Gall vorgenommen wurden. Dabei lässt die detaillierte Rekonstruktion der alten Reichskanzlei einen direkten Vergleich zwischen der alten und der neuen Reichskanzlei, welche ab 1937 von Albert Speer in der Vossstraße errichtet wurde, zu. Als der einzige Bau, der von Albert Speer im Zusammenhang mit den Planungen für die neue Reichshauptstadt Germania fertiggestellt wurde, bildet die neue Reichskanzlei den thematischen Schwerpunkt der Dokumentation. Alle Fassaden der neuen Reichskanzlei wurden für diesen Film digital rekonstruiert. So ist es erstmalig möglich, die Reichskanzlei in ihrer Gesamterscheinung zu sehen, so wie es durch die überlieferten Fotos allein zuvor nie möglich war. Denn es werden zum Beispiel auch Bereiche der Reichskanzlei gezeigt, die aus Geheimhaltungsgründen nie fotografiert wurden. In jahrelanger Kleinarbeit wertete Christoph Neubauer für diesen Film tausende von Fotos und Dokumenten aus. Das Resultat seiner Forschungsarbeit liegt mit diesem Film nun vor. Eine bis in das kleinste Detail gehende digitale Rekonstruktion von Hitlers ehemaligem Berliner Hauptquartier, dem, wie gesagt, einzigen Bau, der von Albert Speer für die geplante Reichshauptstadt Germania fertiggestellt wurde.